Wir haben jetzt noch Zeit bis 18.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt. Wir haben Musik und wir haben auch noch Sprecher. Du wolltest irgendwas sagen, ne? Ja, ich möchte stellvertretend für die Initiative Blauer Himmel, die vorher Sauberer Himmel hieß, möchte ich hier sprechen. Ich möchte euch für eure Demonstration als erstes bedanken. Ganz einfach, die chemischen Spuren am Himmel. Ein Teil garantiert auch Monsanto mit bei, um auch mit den Stäumen genmanipulieren, den Bauern ihre Felder. Also nicht nur direkte Bestäubung und der Verkauf von genmanipulierten Samen, sondern auch beobachtet das am Himmel, die Zerstörung des Himmels. Und ich stehe für einen sauberen Himmel. Nur weil wir juristisch diesen Begriff nicht mehr bezeichnen können, sind wir die Initiative Sauberer Himmel. Deswegen sage ich euch, da oben wird das Wetter manipuliert und weil ihr hier die Demonstration machen wolltet, wurde hier zielgerichtet Regen gemacht. Aber für die Brandenburger Landwirtschaft möchte ich euch ganz herzlich bedanken, dass wir jetzt endlich wieder den Regen haben. Denn ich sage euch, da oben wird das Wetter manipuliert, damit Ernten ausfallen und dann Gewinn bringt, der fehlende Lebensmittel an der Börse gehandelt wird. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, und dasselbe mit dem Monsanto, mit dem G-Manipulieren. Es ist nur uns abhängig zu machen. Wisst ihr eigentlich, was die Börse ist? Jeder, der Zinsen versucht zu erwirtschaften. Es ist Völkermord. Gewinn mit den Völkern. An Armut, Krieg und Sichtung. Danke für die Aufmerksamkeit. Achso, ich wollte noch sagen, die Filme, die ich am Rathaus aufgenommen habe, ich bin so, wie mein Vorredner sagte, ich habe mich selbstständig gemacht. Ich mache auf YouTube Berliner Justiz, genau der richtige Begriff, mache ich meinen Informationen für die Zukunft unserer Kinder in Frieden und Völkerverständigung. Danke.